Musik Ich filme das Ganze mal so, dann wird das ja da hinten im Uniku live gezeigt, aber gleichzeitig werden die es natürlich auch noch mal zusammenschneiden. Ich glaube, ich bin voller Tatendrang, ich habe alles im Griff und ich bin der Chef. Ich bin wirklich ganz durcheinander, gerade versuche ich auf jeden Fall Klarheit zu kriegen, weil mein Kopf total durchgedreht ist. Weil wenn es gleich losgeht, fange ich dann auch noch an zu heulen, dann werden auch die Augen knallrot. Ich habe mich gestärkt und ich bin nicht aufgeregt, also ich bin total cool gerade. Meine Aufgabe ist gerade hier am Mikro rumstehen, im Licht stehen und mit den Lichtleuten kommunizieren, mit den Kameraleuten, ob das Licht gut aussieht. Die erste Person, die heute slammen muss, wird die Person hassen, die sie gelost hat. Und das kann niemand anderes sein als Nico, also als Anti-Losweh sozusagen. Musik Also seid ihr soweit, können wir die Leute reinlassen? Musik Das Bier, das gehört dazu beim Slam. Slam ohne Bier ist Mist, das braucht kein Mensch, Slam ohne Bier. Geil, ein Wortsatz. War großartig.